Ich habe eine Leidenschaft entwickelt für Eis und habe versucht, immer die besten Eisdielen zu finden auf Radtouren, im Urlaub, wie auch immer. Ich hatte immer Lust auf Eis. Nach dem Abitur kam die Frage, was machst du denn jetzt eigentlich? Okay, dann fängt es halt an zu studieren. Dann habe ich mich entschieden, Elektrotechnik zu studieren. Ich habe mein Diplom dort gemacht und bin dann ganz normal in mein Berufsleben eingestiegen. In der Mittagspause war es immer so ein Ritual. Es gab natürlich in der Nähe eine super tolle Eisdiele in Bonn und wir sind mittags immer regelmäßig bei schönem Wetter zu dieser Eisdiele gegangen und haben uns dann draußen auf die Bank gesetzt und haben dann philosophiert, was man im Leben sonst noch so anstellen könnte. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich mache irgendwann mal eine Eisdiele auf. Mein Name ist Petra Recker. Ich bin froh, dass ich meinen Traum erfüllt habe mit meiner Eisdiele. Das war total aufregend für mich, weil es ein ganz anderes Metier ist, als im Büro jeden Tag zu sitzen, weil hier hat man wirklich Handarbeit und man sieht das Ergebnis direkt. Dann habe ich mir zuerst eine ganz kleine Eismaschine gekauft und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Für mich ist wichtig, dass ein Eis sehr ursprünglich schmeckt. Also ich möchte die zufällig reintue auch ausschmecken. Jede Frucht hat von sich aus einen anderen Zuckergehalt und damit die Eissorten alle durchwecken, eine gleiche gute Konsistenz haben, muss jedes Eis auch ungefähr den gleichen Zuckergehalt haben. Dafür gibt es einen Refraktometer. Damit wir wissen, wie viel Zucker müssen wir noch hinzutun, damit das Eis auch sehr rund und cremig wird und sehr lecker schmeckt. Wir haben Milch vom Bauernhof, vom Regionalen. Wir setzen nur 1a Früchte ein. Und von daher war das Eis vom Geschmack und von der Konsistenz super lecker. Das haben natürlich auch die Kunden direkt gemerkt. Wir haben den Ehrenpreis in NRW bekommen in 2019 für gute Qualität und Nachhaltigkeit bei Produkten. Also wir sind total zufrieden, freuen uns über den Erfolg und finden es richtig klasse. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020